Wahrscheinlich empfindest du das auch so wie ich, dass wir manchmal in der Hetze des Alltages quasi gefangen sind. Die Termine, die Uhrzeiten, die Sachen, die alle geregelt werden müssen. Und wir sind ständig und ständig getrieben und angetrieben von dem, was wir noch alles erledigen müssen. Dazu kommt ja noch, dass viele Dinge, die wir so am Laufen haben, dass sie ein gewisses Potenzial an Sorgen oder an irgendwelchen Befürchtungen mit sich bringen können und uns dadurch zusätzlich unter Druck bringen. Viele Leute stehen in Arbeitsprozessen, in denen sie wirklich unter einem ganz starken Druck stehen und sie kommen nicht wirklich zur Ruhe. Ich habe ein Wort gefunden in der Bibel, was mich ganz neu zum Nachdenken gebracht hat. Da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Dieses Stillwerden heißt nicht, jetzt setz dich endlich mal hin und sei mal ruhig. Sondern es heißt, dass ich mich wirklich konzentriere auf den Herrn, dass ich mit ihm spreche. Manchmal, wenn ich mich in seine Nähe begebe, dann ist es so, dass geradezu die Gedanken anfangen zu rennen, was ich noch alles erledigen muss. Aber dann nehme ich mir ein Blatt Papier und schreibe das auf, was mich da so beschäftigt. Vielleicht ist das ein guter Tipp für dich, dass du wirklich dazu kommst, vor dem Herrn zu sein, so wie du bist und dass du ihm alles ausbreiten kannst, was gerade in deinem Leben abgeht. Dass du Abstand nehmen kannst von den Dingen und sie einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Tritt einen Schritt zurück und schau auf die Dinge, die in deinem Leben gerade so sind. Der Herr möchte dir wirklich mit seiner Kraft und mit seiner Stärke dienen. Er möchte dir sagen, dass er alle die Dinge in deinem Leben sieht, dass er die Dinge in deinem Leben in der Hand hat. Dieses Erkenne, dass ich Gott bin, das heißt so viel wie, beschäftige dich damit, wie ich bin. Beschäftige dich mit meinem Charakter, mit meiner Stärke. Beschäftige dich damit, schau auf mich, schau auf meine Möglichkeiten, schau auf meine Hand. Ich will dich leiten, ich will dich führen. Ich will dir Stärke geben, Weisheit, Kraft. Das Erkennen Gottes heißt auch, dass ich ihm meine Dinge abgebe, dass ich sie ihm überlasse, dass ich weiß, er wird sich darum kümmern und er wird einen Weg machen. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich wünsche dir, dass du erfährst, dass dieses Zur-Ruhe-Kommen vor ihm nicht etwas ist, was ein zusätzlicher Programmpunkt am Tag ist, sondern dass es wirklich für dich eine Stärkung und Ermutigung für den nächsten Tag ist. Dass es etwas ist, was dir Kraft und Zuversicht gibt, in ihm zu bleiben, vor ihm alle Dinge abzulegen und aufzustehen in Neuheit des Glaubens und in Kraft und in einfach dem, was am nächsten Tag schon auf dich zukommt. Gott ist dabei, er ist dein Versorger, Gott ist dein Arzt, er will das alles für dich sein. Erkenne, dass ich Gott bin. Ich wünsche dir, dass du das wirklich ganz neu erfasst im Glauben, dass du ganz neu einen Wunsch dazu hast, ein Verlangen dazu hast, vor ihm stille zu werden, vor ihm zur Ruhe zu kommen, die Dinge abzulegen und von ihm zu erwarten, dass er dir einen Blick schenkt auf das, was er in deinem Leben tut. Der Heilige Geist ist am Werk in deinem Leben, er ist ausgegossen in dich und er wird dir dabei helfen. Er wird dir offenbaren, dass Gott mehr für dich hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020